Unter uns das Meer von Amity Gage. Es lesen Daniela Bette-Koch und Michael C. Koch. Wo genau nimmt ein Fehler seinen Anfang? In letzter Zeit finde ich es schwer, diese einfache Frage zu beantworten. Unmöglich im Grunde. Ein Fehler hat seine Wurzeln an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wo hat man sich befunden und was hat man sich im entscheidenden Moment gedacht? Irgendwo im Schnittpunkt dieser beiden Faktoren lässt sich der Fehler finden. Nautisch ausgedrückt, seine Koordinaten. Beginnt mein Fehler beim Boot? Oder schon bei meiner Ehe? Ich glaube nicht. Seine Wurzeln muss mein Fehler in einer unschuldigen Erfahrung haben, der nachzugehen ich vergessen habe. In einem Rätsel, das mein Leben seitdem stillschweigend beherrscht hat. Bin ich schon früher vom Weg abgekommen? Als ich auf dem grob gestrickten Teppich im hellen Kindergartensonnenschein saß, mich zu dem Jungen neben mir lehnte und bereit war, mir sein aufgeregtes Flüstern anzuhören. Seinen Speichel spüre ich immer noch wie Tau in meinem Ohr. Und jetzt sitze ich in einem Schrank. In Michaels Schrank. Ich sollte das erklären. Ich bin vor ein paar Tagen eingezogen. Eigentlich habe ich etwas von ihm gesucht, aber dann ist mir aufgefallen, wie flauschig der Teppich hier drin ist. Die Klapptüren mit den Lamellen filtern das Sonnenlicht auf wunderschöne Weise. Ich komme zur Ruhe hier drin. Sich in Schränken zu verstecken, ist eine Kinderangewohnheit, ich weiß. Als Kind habe ich mich immer im Schrank meiner Mutter verkrochen. Darin befanden sich Seidenkleider und Wollsachen, die sie nie angezogen hat. Ich habe es geliebt, mit diesen Stoffen über meine Haut zu streichen, in ihre High Heels zu steigen wie auf ein Podium und meine Zukunft zu proben. Geschämt habe ich mich dafür nie. Ganz bestimmt gibt es einen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass ich früher im Kleiderschrank meiner Mutter Zuflucht gesucht habe, und der Tatsache, dass ich mich jetzt in Michaels Schrank verstecke. Aber das hilft mir auch nicht weiter. Manchmal schreibt einem das Leben winzige, schreckliche Gedichte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, diesen Tag zu überleben. Ich meine, ob ich es will. Das Haus zu verlassen, rauszugehen, erfordert Vorbereitung und Selbstüberwindung. Würde ich tatsächlich vor die Tür treten, wieder durch die Gegend laufen, Menschen treffen und Einkäufe erledigen, würde ich all das wirklich schaffen, käme zwangsläufig jemand auf mich zu, um mich zu fragen, wünschst du dir, du wärst nie gefahren? Und man wird erwarten, dass ich antworte, ja, unsere Reise war ein Fehler. Vielleicht würden die Leute hoffen, dass ich das sage. Doch meine Zustimmung zum Boot war mein klarstes Bekenntnis zu meinem Ehemann. Ich kann mir nicht leisten, das zu bereuen. Würde ich es tun, würden mir nur die vielen Male bleiben, in denen ich nicht loyal gewesen bin. Wir sind 102 Seemeilen in ost-nordöstlicher Richtung, von Panama-Stadt entfernt und lassen uns von den vorherrschenden Winden in die autonome Region der San Blas-Inseln treiben. Der Umriss der Küste ist hinter uns noch immer sichtbar. Vor uns aber liegt nur Wasser. Nichts als Wasser. Erst jetzt wird mir bewusst, dass es nur einen einzigen Ozean gibt. Eine große Mutter-Ozean. Natürlich gibt es Buchten und Meere und Meerengen. Aber das sind bloß Worte, künstliche Unterteilungen. Ist man erst einmal hier draußen, erkennt man, dass bloß dieses eine ungeteilte Land des Wassers existiert. So würde man sich an Land niemals fühlen. Nicht bei uns in Amerika. Was für ein Gefühl. Generationen von Seefahrern haben es nicht geschafft, es zu beschreiben. Wie sollte ausgerechnet ich es hinbekommen? Ich, Michael Partlow. Michael Partlow, der nicht mal den Titel eines einzigen Gedichts nennen könnte. Aber dafür gibt's ja meine Frau. Ihr Kopf ist voll mit Gedichten. Als ich ihn damals kennenlernte, habe ich gedacht, so einen Typen würde ich im Leben nicht heiraten. Zu überkorrekt. Zu konventionell. Kein Sinn für Humor. Aber ich habe mich getäuscht. Die Ehe und die Kinder und die ganze Plackerei haben bei Michael einen morbiden Sinn für Humor entstehen lassen. Er wurde witziger und witziger, während ich, die früher witzig gewesen war, es immer weniger wurde. Es gab ein Muskelshirt, an dem er auf geradezu abergläubische Weise hing, als wir auf dem Boot lebten. Bei der Erinnerung an dieses Shirt muss ich laut lachen. Wenn man in heißem Klima segelt, fängt man an, so wenig Kleidung wie möglich zu tragen. Kinder kleiden sich auf einer Langfahrt ohnehin wie Patienten in der Irrenanstalt. Sie tragen Grasröcke und Flamenco-Kleider, zusammen mit Gummistiefeln und Mützenschirmen und Muschelketten. Allesamt Erinnerungsstücke an die Orte, an denen sie gewesen sind. Ich habe keine Ahnung, wo Michael das Muskelshirt aufgetrieben hatte. In Panama-Stadt. Es war weiß mit riesigen Aussparungen für die Arme. Wenn er am Strand stand, strahlend, mit seinem jungenhaften Gesicht und seinen ungewaschenen Haaren, sah er aus wie ein Prep-School-Schüler, der sich vor 20 Jahren auf einer Wanderung verlaufen und bis heute nicht zurückgefunden hatte. Die Crew unseres Bootes ist fit und guter Stimmung. Leichtmatrosin Sibyl Partlow, sieben Jahre alt, sitzt im Schoß des ersten Mathes Juliet Partlow im Cockpit. Bootsjunge George Doodle Partlow, zweieinhalb Jahre alt, tut sein Bestes, um bei dem leichten Wellengang aufrecht zu stehen. Er trägt keine Hose und wartet darauf, dass der erste Mat ihn über die Reling pinkeln lässt. Sein leicht zurückgebliebener Wortschatz ist vollkommen maritim. Da Boot, da Fisch. Gerade erst haben wir Besuch von einer sehr großen Meeresschildkröte bekommen. Tauchte plötzlich mit ihrem periskopartigen Kopf an Backbord auf. Sibyl meint, sie wäre ein Spion. Immer wenn Sibyl etwas Witziges sagt, befiehlt sie mir, es aufzuschreiben. Die Schildkröte ist ein Spion. Schreib das in dein Buch, Daddy. Wie bitte? Sage ich. Redest du mit mir? Wie nennst du mich, während wir auf Fahrt sind, Bootsmann? Sie lacht. Okay, schreib das in dein Buch, Käpt'n. Das mit dem Muskelshirt war deshalb so komisch, weil er für gewöhnlich wahnsinnig pingelig ist. Ein Dandy, ein notorischer Zurechtsupfer. Er braucht fast keinen Schlaf. Seine Mutter behauptet, er wäre schon immer so gewesen. Hier im Haus hat er immer bis spät nachts gearbeitet, hat noch Mails verschickt und Berichte fertig geschrieben, vor allem aber mit Männerbasteleien angefangen. Hat sich mit Elektronik vertraut gemacht, indem er irgendein Gerät auseinander nahm oder kleine Spielzeuge für die Kinder baute. Manchmal ging er sogar spät noch hinaus bis auf die andere Seite vom Bach, wo er eine Feuergrube ausgehoben hatte, und dann schliefen wir mit dem ländlichen Geruch von Holzrauch in der Nase. Morgens fuhr er trotzdem putzmunter zur Arbeit. In seinem Wagen, mit dem er pendelte, ließ er die Kinder nicht essen. Käsekracker und Knäckebrotkrümel verboten. Das Familienauto dagegen, mein Wagen, gesetzloses Gebiet. Unter den Sitzen rottete stets eine Schicht aus undefinierbarem, organischem Material vor sich hin, und immer knallten irgendwelche mysteriösen Gegenstände gegen die Radkästen, sobald ich eine scharfe Kurve nahm. Jetzt sitze ich hier und verstehe es. Ich verstehe, wie schön es für ihn gewesen sein muss, einen kleinen Bereich für sich zu haben. Einen Schrank, wo Schuhe in Paaren nebeneinander stehen, wo die Welt draußen bleiben muss und man seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Mein Schrank, gleich da drüben auf der anderen Seite unseres Schlafzimmers, ist dagegen das reinste Chaos. Ich habe aufgegeben, ihn aufzuräumen, als Sibyl klein war. Monatelang hatte ich die Blusen, die sie von den Bügeln grabschte, immer wieder aufgehängt, aber irgendwann ließ ich sie einfach auf dem Boden liegen. Und dann kam Sibyl in meinen Schuhen aus dem Schrank geschlurft, torkelnd wie eine Betrunkene, und ließ auch die Schuhe irgendwo liegen, wo ich sie nie wiederfinden würde. Aber ich bin eine Mutter. Nach und nach habe ich sie alle aufgegeben. Meine ganzen Räume, einen nach dem anderen, bis zum allerletzten Schrank.